Hallo alle zusammen! Sehen Sie in diesem Video, wie Sie Daten von Software RAID 0, 1 und 5, die unter einem Linux-Betriebssystem zusammengesetzt sind, wiederherstellen, wenn eine oder mehrere Festplatten ausfallen. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnen Sie mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Software RAID auf Basis von Linux ist nicht für seine zuverlässig bekannt. Wenn Sie mindestens ein Laufwerk im RAID-Verbund deaktivieren, wird es nicht mehr montiert und alle Informationen sind unzugänglich. In diesem Fall benötigen Sie ein Dienstprogramm, das ein RAID auf dem verbleibenden Festplatten zusammenstellen kann. Außerdem findet und zeigt dieses Dienstprogramm die dort verbliebenen Daten an und hilft deren Rückgabe. Mit der Headman RAID Recovery können Sie Daten von nichts funktionierenden RAIDs-Array oder Festplatten, die Teil davon werden, wiederherstellen. Das Programm liest aus dem System alle Informationen über den Controller, das Motorboard oder die Software, aus der das DISC-Array erstellt wurde. Es hat die Fähigkeit, ein aufgefallenes RAID wiederherzustellen und ermöglicht es, wichtige Informationen daraus zu kopieren. Derzeit gibt es kein Headman RAID Recovery Distributions-Kit für Linux, aber es ist möglich, es unter diesem Betriebssystem auszuführen. Wie das geht, sehen Sie in einem unserer früheren Videos. Ich werde den Link in der Beschreibung hinteren lassen. Um ein RAID-beschädigtes Linux-System zu reparieren, können Sie die Laufwerke an einem Windows-Computer anschließen. Wenn Sie diese Möglichkeit nicht haben, können Sie eine virtuelle Maschine mit Windows installieren oder es als zweites System installieren. Für den ersten Test haben wir ein Software RAID 1, das aus zwei Festplatten besteht und auf einem Linux-Betriebssystem aufgebaut ist. Das erste RAID besteht aus zwei oder mehr Festplatten, die identische Kopien voreinander sind. Obwohl es eine hohe Zufriedenheit aufweist, ist es nicht möglich, das RAID zu monten, wenn eine Festplatte in Linux abstößt. Im Festplatten-Dienstprogramm ist es noch zugänglich, aber es gibt keine Schaltfläche-Monten. Auch das automatische Monten ist nicht verfolgenbar. Hat man RAID Recovery, hat sofort alle Parameter erkannt und das Festplatten-Array automatisch aufgebaut und angezeigt. Klicken Sie im Laufwerk Manager mit der rechten Maustaste auf das RAID und öffnen Sie es, wählen Sie dann Schneller Scan und klicken Sie auf Weiter. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, zeigt das Programm die gefundenen Informationen auf der rechten Seite des Fensters an. Das Dienstprogramm hat problemlos alle Daten auf dem Datenträger gefunden und Sie können eine Vorschau des Inhalts anzeigen. Sie müssen nur noch die Dateien markieren, die wiederherstellend werden sollen und auf Wiederherstellen klicken. Dann müssen Sie angeben, wo sie gespeichert werden sollen. Wieder auf Weiter, Wiederherstellen und Fertig klicken. Nach Abschluss des Vorgangs befinden sich alle Details in dem angegebenen Ordner. Die Software RAID 1, die mit Linux gebaut wurde, ist so eingerichtet, dass die Serviceinformationen über einen bestimmten Typ von RAID auf allen seinen Laufwerken auszeichnet. Aus wie vielen Laufwerken es zusammengesetzt wurde, ihre Seriennummer und zu sich der Anfang jedes Laufwerk befindet. Wenn also ein Laufwerk fällt, liest das Programm diese Informationen von den anderen Laufwerken und ersetzt die Daten des Fällen des Laufwerks beim Aufbau des beschädigten RAID. In einigen Fällen können diese Informationen während der Erstellung beschädigt werden. Das Dienstprogramm kann nicht feststellen, von welchem Datenträger und an welchem Offset die Informationen auf den gegebenen Datenträger gefunden wurden. In diesem Fall wird das Programm nach dem Scanen keine Daten finden. Um die Informationen zu finden, die auf dem Laufwerk verblieben sind, müssen Sie den RAID-Konstruktor verwenden. Hier müssen Sie nicht nur einen Parameter angeben, sondern auch den Offset, an dem sich der Anfang des Laufwerks befindet. Jedes Datensystem hat unterschiedliche Signaturen, abgang derer man feststellen kann, wo sie beginnt. Durch Angabe dieses Offset können Sie das beschädigte RAID wieder zusammensetzen und die Informationen daraus abrufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Um das Offset zu finden, verwenden Sie einen Hex-Editor, klicken Sie mit der Rechnen-Maus-Taste auf das Laufwerk und öffnen Sie Hex oder drücken Sie Storz plus Edge. Der Erfant des Laufwerks in Linux kann über das Feld Media-Lin gefunden werden, wobei Lin der Name des Benutzerkontos ist. Wie wir wissen, wird die Information über den Anfang des Laufwerks in diesem Datensystem zuerst in den zweiten Sektor geschrieben, also müssen wir zwei Sektoren nach oben gehen. Dann konvertieren Sie den Hex-Wert in das Desimalsystem. Dazu verwenden wir einen Taschenrechner. Wählen Sie ein Taschenrechner der Programmer-Modus, markieren Sie Hex und geben Sie den Wert 820000 ein. Wir erhalten dann sofort den gewünschten Offset in desimaler Form, 136, 314, 880. Wenn Sie mit der Mauszeiger über den Aufgang des Sektors fahren, wird ein Fenster mit diesen Informationen eingeblendet. Da Sie nun den Offset kennen, müssen Sie ihn nur noch im RAID-Konstruktor angeben, ein Laufwerk hinzufügen, scannen und die Daten zurückgeben. Als nächstes ist RAID 5 an der Reihe. Wie Sie eine Software RAID 5 unter Linux aufbauen, habe ich Ihnen bereits in einem der vorherigen Videos gezeigt. Der Link ist in der Beschreibung. In diesem Tutorial-Video können Sie ganz einfach jeden verfügbaren RAID-Typ aufbauen. Lassen Sie uns nun durchgehen, wie man Daten auf diesem RAID-Typ wiederherstellt. Ein 15 RAID ist ein redundanter Plattenverbund mit streipend und ohne dedizierte Qualitätsplatten. Es ist so konzipiert, dass er bei Auswahl eines Laufwerks funktionierfähig bleiben sollte. Aber in der Praxis stellt es sich heraus, dass bei Auswahl eines des Laufwerks das Software RAID nicht gemotet werden kann, um Daten daraus zu holen. Um die Informationen wiederzuerhalten, muss man eine neue Platte einbauen oder zusätzliche Software verwenden. Für dann das haben wir ein Software RAID 5 erstellt, das aus fünf Laufwerken besteht, von denen eines beschädigt ist. Schließen Sie die verbleibenden Festplatten einen Windows-Computer an oder fügen Sie sie einer virtuellen Maschine hinzu. HeldmanRide Recovery war in der Lage, den Typ des RAID und seine Parameter leicht zu bestimmen. Wie Sie sehen können, ist ein Laufwerk leer. Rechts links auf das RAID, Eingeschaften, Registerkarte, RAID. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das RAID und klicken Sie auf Öffnen. Analysieren Sie das RAID mit schneller Scan. Wie Sie sehen können, hat die Software problemlos auch alle auf den Laufwerken verbliebenen Daten gefunden. Markieren Sie die entsprechenden Dateien und klicken Sie auf Wiedererstellen. Wählen Sie einen Speicherort für die Dateien und klicken Sie nochmal auf Wiedererstellen. Nach Abschluss befinden sich alle Informationen im angegebenen Ordner. Selbst wenn mehrere Festplatten des RAID ausfielen, erkannte das Programm den RAID-Tipp, sein Beteiligensystem und andere Parameter. Zwei Festplatten sind leer. Rechts links auf das RAID, Eingeschaften, Registerkarte, RAID. Lassen Sie uns scannen und sehen, was wir finden können. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das RAID und öffnen Sie es. Wählen Sie schneller Scan und klicken Sie auf Weiter. Als Ergebnis konnte das Programm keine verständlichen Daten finden. Alle gefundenen Daten sind beschädigt. Lassen Sie uns versuchen, eine verständliche Analyse durchzuführen. Mit Hilfe der Kieferanalyse fand das Programm Daten, die auf dem Festplatten verbliebenen waren, aber einige davon waren beschädigt. Wenn zwei oder mehr Laufwerke dieses RAID-Tipps ausfallen, wird es vollständig funktionierend unfächig und es ist ziemlich schwierig, Informationen von ihm zurückzugeben, sodass dieses Ergebnis alles sehr gut ansehen werden kann. Es ist uns gelungen, einige der gestärktesten Daten wiederherzustellen. Wir markieren sie und stellen sie wieder her. Für den letzten Test haben wir ein Null-Trade aus fünf Festplatten aufgebaut. Wenn eine Festplatte in dieser RAID ausfällt, wird es vollständig funktionierend unfächig und alle Informationen können als verloren betrachtet werden. Es ist nicht möglich, sie unter den Null zu moten und die Laufwerke lassen sich auf nicht öffnen. Mal sehen, ob wir mit Headman-Raid-Recovery Informationen erhalten können. RAID-Null ist ein verschaltetes, hochleistungsfähiges Festplatten-Array ohne Fällertoleranz. Wenn auch nur eine Festplatte ausfällt, wird das Gerät vollständig funktionierend unfächig. Streit genommen handelt es sich nicht um ein RAID, da keine Redundanz vorhanden ist. Das Programm hat den RAID-Typ und die Parameter erkannt und eine Festplatte ist leer. Rechtslink auf RAID, Eingeschafften, Registerkarte, RAID. In diesem Fall hat Schneller-Skan nichts gefunden. Sie müssen eine tiefe Analyse durchführen. Nach der tiefe Analyse fand das Dienstprogramm Daten, einige Dateien sind beschädigt. Headman-Raid-Recovery war in der Lage, einige besprachliche Informationen zu finden. Markieren Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie an, wo Sie gespeichert werden sollen, klicken Sie auf Weiter, klicken Sie noch einmal auf Wiederherstellen und während der Programm angeschlossen ist, klicken Sie auf Fertigstellen. Alle Dateien werden in den angegebenen Ordnern gespeichert. Zusammenfassend können wir sagen, dass alle Daten, die auf dem Datenträger verbleiben, wiederherstellt werden können, nur in einigen Fällen müssen. Sie den Aufsatz angeben, wo sich der Anfang der Datenträger befindet und andere wichtige Parameter. Am Ende wird das Programm in der Lage sein, zu bestimmen, wo die benötigten Informationen zu suchen sind, die Dateien anzuzeigen und sie werden in der Lage sein, sie wiederherzustellen. In manchen Fällen können Sie nur einen Teil der Daten wiederherstellen. Aber das ist besser, als Sie in vollem Umfang zu verlieren. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in die Kommentare unter dem Video. Vielen Dank für zu schauen. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020